hallo ihr seid auf kanal mr german like tuniert und heute habe ich ein brawl stars opening und zwar öffne ich heute mein mega schwein mit 21 star drops und dazu öffne ich den neuen brawl pass also guckt euch das video von anfang bis zum ende an und viel spaß dabei es 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 Der Slim, I wrote you, but you still ain't calling I left my cell, my pager, and my home phone at the bottom I sent two letters back in autumn, you must not have got them It probably was a problem at the post office or something Sometimes I scribble, the dress is too sloppy when I jot them But anyways, fuck it, what's been up, man? Nobody, 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 no Daughter, my girlfriend's pregnant too, I'm about to be a father If I have a daughter, guess what I'ma call her? I'ma name a Bonnie I read about your Uncle Ronnie too, I'm sorry I had a friend kill himself over some bitch who they I read about your uncle, I know she lives in America I'm sorry, I don't have a child, I know she lives in America I'm sorry, I don't know she lives in America Gerade eben habt ihr gesehen wie ich mein Megaschwein öffne und hier öffne ich jetzt mein Brawl Pass. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss, ihr wart auf dem Kanal. Bis zum nächsten Mal.